Die 5 besten Spültuchhalter für Spülbecken Ich bin wirklich begeistert von meinem Sunny Shoe Drip.Line Abtropfgestell für die Spüle. Es erfüllt so viele Funktionen auf einmal. Es ist nicht nur ein Abtropfgestell für meine Teller und Tassen, sondern hat auch einen Spültuchhalter, einen Utensilienhalter und Platz für andere Küchenutensilien. Alles ist schön organisiert und steht an seinem Platz. Es sieht auch sehr stilvoll aus und passt perfekt in meine Küche. Ich kann es jedem empfehlen, der nach einer praktischen und stilvollen Lösung für die Spülensituation sucht. Ich habe den Shunfaji Spülbecken Organizer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Edelstahl macht einen hochwertigen Eindruck und passt perfekt zu meiner Küche. Der Schwammhalter und die Halterung für Küchenutensilien sorgen für mehr Platz auf meiner Arbeitsfläche und halten alles ordentlich und griffbereit. Besonders praktisch finde ich die abnehmbare Ablaufwanne, die das Reinigen des Organizers sehr einfach macht. Die schwarze Farbe verleiht dem Organizer zudem eine moderne Note. Ich kann das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin absolut begeistert von dem Kitchen Lab Co. Geschirrtuchhalter mit Klebestreifen. Der einfache und werkzeuglose Installationsprozess spart mir viel Zeit und Mühe. Der Halter ist aus schwarzem Edelstahl gefertigt, was ihm eine elegante und moderne Optik verleiht. Dank seiner starken Klebestreifen haftet er problemlos auf jeder glatten Oberfläche, ohne Spuren zu hinterlassen. Das Beste daran ist, dass ich ihn nicht nur in der Küche, sondern auch im Badezimmer als Handtuchhalter nutzen kann. Ich empfehle den Kitchen Lab Co. Geschirrtuchhalter jedem, der eine schnelle, einfache und praktische Lösung für sein Badezimmer oder Küchenzubehör benötigt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Magnes-Schwammhalter für mein Spülbecken. Der magnetische Halter aus rostfreiem Edelstahl ist sehr praktisch und nimmt wenig Platz ein. Der Spültuchhalter hält meinen Schwamm und Spüllappen immer griffbereit und sorgt für eine ordentliche Küchenutensilienhalterung. Die Größe von 5,41 x 4,8 x 5,79 cm ist perfekt und passt gut in mein Spülbecken. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen, da es die Aufbewahrung und Organisation in meiner Küche verbessert hat. Ich habe den Dunso Spülbecken Organizer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das schwarze Edelstahldesign passt perfekt zu meiner Kücheneinrichtung und die verschiedenen Halterungen bieten viel Platz für Schwämme, Spültücher und Abtropfgeschirr. Besonders praktisch finde ich die Abflusspfanne, die verhindert, dass Wasser in den Schrank darunter läuft. Der Organizer ist einfach zu reinigen und hält alles ordentlich und aufgeräumt. Ein tolles Produkt, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.